das hat sich nicht das hat sich nicht gut angehört die schreien ja alle so laut um hier staut sich zu sein krankenhaus dort gibt er dann hat das andere Krankenhaus dort geht und die Umwelten bringt auch nicht sehr viel weil sich nicht da oben das ganze wieder staub im Krankenhaus da oben man soll es halt wegfahren so Krankenhaus Nummer 2 hat sich verirrt ach verdammt ich meine Nummer 3 Standard ne ja da schreien immer mehr Leute ja jetzt weißt du wie es was hat der denn jetzt lang jetzt ist er schon wieder auf der Brücke KI Fail oh ja aber Hauptsache aber Hauptsache so ein halb gestörter Juhu es ist da es ist da das zweite Krankenhaus ist jetzt auch voll ja Epic Fail also wenn das mal nicht schief gelaufen ist dann weiß es sich ach ich du hattest aber 51 verletzt ich hab da mal 32 gehabt das ist ein kleiner Unterschied ach die 20 da ja wo alle guckt man das letzte Dom an auch durch Scheiße wenn ich die nicht zurückhalten würde wir würden mich überrennen Mainzer oh ja die laufen nackt durch die Gäste da schon wieder nackt ja die sind nackt den ist zu warm und es regnet und läuft und dann nackt durch die Gegend dann regnen nackt durch die Gegend laufen aber warte Alter wie es sich das anhört ja wumm 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 komm die leben nicht mehr transportier sie ab so der nächste Krankenwagen fährt jetzt weg und weitere neun verletzten es werden mal mehr das ganze Piepsen nervt mich langsam ja das ist noch gerade das merkt übertrieben wir brauchen gar nicht wer hat versucht einen leichten sagten zu bewegen ha 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 ja nein ja ich hab grad ein bisschen wach 3 bei den übelsten L.A.P.D. der Art Stiftung um wenn sie dann zählt wenn das sie kein fehl ist dann weiß auch nicht weiter Dom, Dom brotte schon der Nächste auch schon zusammen Das geht nur oben am Weg An den Typen hier nicht hochheben Gebt den doch eigentlich hoch Aha, geht's auch Ich glaub, der Rest ist nur noch tot Den sammle ich so ein Wenn es hier nicht so extrem lang würde Aber wenn man so einen großen Ansatz hat, dann kommen gar keine anderen Einsätze Tja, sei froh, sonst werden wir hier überfordert So ein Brand wäre doch jetzt nicht schlimm Ja, das wäre ja eh dein Job dann Eben War heftig, wär jetzt so eine Gas-Explosion Verdammt, der Leichenwagen ist, glaub ich, gleich voll, oder? Oh, neun Ja, ich kann meine Leute gerade nicht mehr losschicken Wieso? Irgend schon wieder so ein Bug Das ist fail Die laufen nicht mehr Die Leichentransporter da laufen nicht mehr Also das ist echt mal sehr buggy Oh ja Bugplayer Multi-Bugplayer So, jetzt haben sie's gemacht Der erste Leichenwagen ist voll So, wo hast du denn noch 14? Wo sind der nächste Leichenwagen? Die versuchen immer noch wieder zu begeben Zum 100. Mal jetzt Ich glaube, ich baue noch einen Leichenwagen Das wären jetzt meine Standardautos Leichenwagen Oh Gott Was ist das denn für ein Auto? Dann sammle ich mal die nächsten ein Wie schön die Leute hier über die Straße fliegen können Was ist das denn? Fliegen? Epischer Lack Ich lösch mein eigenes Auto Ah, geil Du lösst mein Auto Dann ich lösche mein Auto Okay Na dann viel Glück Ja Ah, der nächste Leichenwagen ist da Achtung, Brandstiftung im Einsatzgebiet Verhaften Sie den Brandstifter und transportieren Sie ihn ab Löschen Sie alle Brände Mehr Leichen haben wir jetzt aber nicht, oder? Doch, wie einer Sorgt man bitte dafür, dass der Reimenschützer keine Brände mehr lögt Ach, das mache ich gleich Nur mit der Ruhe Ich sehe den Brand nicht, gerade nicht Dann finde ich ihn Ach, da oben! Oh, der Lack hat sich aufgelöst Sagt nicht mehr Geil Oh, jetzt sagt sie mir Ich werde sehr verbunden, wenn du den Brandstift auch schnappen würdest Ja, mein Patrouillen Auto ist eh gerade gekommen Motorrad Und das macht mir keinen Spaß, wenn er gleich will, es anfängt zu brennen Hoffentlich zündet er mich nicht an Hoffentlich zündet er... Hä? Da kommt er gelaufen Ja, ich sehe ihn nur schweben Er läuft um die Straße Siehst du? Äh, mehr oder weniger Er rennt da hinten rum, er rennt jetzt hinten durch die Gasse Ja, mein Polizist rennt hinterher Oh mein Gott, der Wald brennt Das Auto brennt Scheiße, mein Motorrad steht noch da Ich glaube, da kann ich schon mal Krankenwagen holen Ich glaube, mehr Leichen haben wir jetzt aber nicht Oh mein Gott, das Auto geht in die Luft Der Motorrad brennt Ich spanne jetzt alle Leichen Mehr sehe ich hier nicht Egal, der Rest ist nicht mein Problem Es brennt, es brennt Hilfe, Hilfe, es brennt Ich brauche noch ein mobiles Krankenhaus, aber es ist leer Ich finde, das Auto brennt, das Auto brennt Scheiße, Scheiße Oh fuck, meine Feuerwehrleute sind gefallen Scheiße Oh oh Hey Scheiße Ich stehe nicht mehr auf, oder? Nein, ich stehe nicht mehr auf Verdammt Und erstaunt sich Das Hotel brennt Doch, sie sind aufgestanden Wo rennt der hin? Wahrscheinlich in Sicherheit Schnapp dir einen Schlauch und löscht das Feuer, du... Weichei Weiter im nächsten Paar